Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. So herrliche Glaceträume wie der Gupta können Sie sich auch zu Hause erfüllen mit ein bisschen Fantasie und Goldstar Rahmglasse. Gerade jetzt läuft bei Coop eine grosse Aktion mit Goldstar Rahmglasse-Spezialitäten, wie zum Beispiel die Vanille Rahmglasse in der praktischen Familienpackung. Diese Glasse hat übrigens den Vorteil, dass man sie direkt aus dem Tiefkühler portionieren kann. Am einfachsten geschieht das, wenn Sie Zangen im warmen Wasser ein bisschen anwärmen, dann lässt sich nämlich die Kugel prima daraus lösen. Schnell parat sind auch die Dessert mit Goldstar Familienblöcke. Man kann sie dekorieren mit Biskui, Früchten und einem Tupfer Rahm. Herrlich erfrischend sind auch die Eismilkglutscher von Goldstar. Am günstigsten kommen Sie sie über in die 10er Packung. Sie können wählen zwischen den Aromen Vanille, Erdbeer oder Chocolat. Also legen Sie sich doch gerade jetzt einen kleinen Vorrat an Goldstar-Glasse-Spezialitäten zu. Es ist nämlich im Moment gerade Aktion. Ein fröhlichshaftes Angebot macht Ihnen den Coop Fotoservice. Die beliebtesten Kodak-Filme gibt es jetzt im Duopack besonders günstig. Und zwei Gutschei fürs Gratisentwickeln sind ebenfalls dabei. Eine grosse Auswahl an preisgünstiger Unterwäsche finden Sie jetzt in allen Coop-Center und Warenhäusern. Für Herren, Damen und Kinder. Die E-Sleep gibt es bedruckt oder Uni mit Spitzeneinsatz und natürlich in reiner Baumwolle. Kaufen Sie keine neue Möbel, bevor Sie das neue Wohnsystem Coop-Line nicht angeschaut haben. Das neue Möbelprogramm lässt sich dank dem Spezial-Schnapp-System innerhalb kürzester Zeit und mit einem Minimum an Werkzeug mühelos montieren und demontieren. Coop-Line gibt es für sämtliche Wohnbereiche, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und auch fürs Bad und Küche. Das neue Wohnprogramm in hochwertiger Schweizer Qualität hat zudem ein eleganzes Design und ist unglaublich günstig. So, und jetzt schalten wir um in die Studioküche zum Coop-Rezept dieser Woche. Guten Abend miteinander. Tomaten zur Abwechslung mit Ton gefüllt. Eine gute Idee für eine Vorspeise oder eine Mahlzeit, die nicht viel zu tun gibt. Durch Ton haben wir mit einer Gabel ein bisschen verrupft. Sie können rosenroten oder weissen Ton nehmen und mit Mayonnaise püriert. Wir haben einen fein gehackten Gnoblauch und in feine Streifchen geschnittenen Stangenselleri drunter gegeben. Jetzt würzen wir die Massen mit ein wenig Pfeffer. Den gewaschenen Tomaten schneiden wir einen Deckel ab und dann pülen wir sie aus. Wir füllen die Tomaten mit dieser Tonmasse. So. Unsere gefüllten Tomaten richten wir auf einem Kopfsalatblatt an, garnieren mit harten Eiern, Cornichons und Oliven. Das Rezept finden Sie in der Coop-Zeitung und ich wünsche einen guten. So noch so viel Köstlichkeiten kann ich Ihnen eigentlich nur noch einen schönen Abend wünschen. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop eine Schachtel an 10 Stück Importeier, statt 2,20 nur 1,80. Coop-Bohnen-Kaffee Jubiläu 250 Gramm, statt 4 Franken nur 3,50. Und 500 Gramm, statt 57, nur 6,50. Bonsoir-Koffeinfrei 250 Gramm, statt 3,90 nur 3,40. Zweimal ein Liter Coop-Traubensaft Rot und Weiss, statt 3,60 nur 3 Franken. Zweimal ein Liter Coop-Apfelsaft, hell und naturtrüb, statt 2,40 nur 1,80. Lola-Schokolade Milch- oder Nusssplitter, statt 1 Franken nur 80 Grappen. Und Orange, Mondia, Poirelaine, Waldbeere oder Mandarine, statt 1,20 nur 95 Grappen. Hinterschinken 100 Gramm, nur 1,80. Und nur übermorgen und am Samstag zweimal ein Liter Sonnenblumenöl, statt 9,40 nur 8,40. Ausländische Tomaten per Kilo nur 2,50. Auf Wiedersehen!